Hallo, du bist gerade mitten im Cupping und ich freue mich, dass du dabei bist. Wir verkosten gerade die Kaffees hier gemeinsam und vielleicht hast du es gehört, ich habe den Kaffee so richtig geschlürft. Warum? Luft und Kaffee wird zusammen transportiert in den Mundraum und damit habe ich das volle Aromenspektrum und kann besser schmecken. Vor mir steht gerade aus Costa Rica der Sonora Kaffee und der ist besonders süß. Vielleicht erinnerst du dich an diese liebliche süße Note. Das kommt von dem Honey Processing. Was passiert dabei? Die Schale der Kirsche wird weggepult, wir nennen das geschält und drüber bleibt ein klebriger Fruchtschleim. Wenn dieser trocknet, wird es wie Honig und das macht nachher einen super süßen Kaffee aus. Also genieß deine Tasse süßen Kaffee und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin!